Digga, hast du jetzt schon wieder mehr gemacht wie der Cam? Ja. Bei mir ist heute Single, 160 oder so vielleicht. Stefan drückt heute Slingshot, damit er irgendwie mithalten kann. Wenn ich mir Slingshot weniger Soul drücke, dann ist echt traurig. Ruvan ist auch dabei, der macht auch nur Over-Impress oder so. Mal gucken, ob er es in die Block schafft. Der Junge nutzt jede Gelegenheit. War gut? Keine Ahnung. So okay? Es ist eh unspannend. Sieht gerade so, es ist okay, aber es ist eh unspannend. Richtig fasziniert, Alter. Wir sind jetzt 20 Minuten hier, wie weit sind sie schon? Je älter man ist, desto mehr muss man sich aufwärmen. Von gestern wieder erholt? Nee. Warum trainierst du überhaupt heute? Weil ich krank war die letzten Tage und schieben musste. Wie wäre es mit nach Hause gehen? Ja. Es sieht aus, als ob er in seinem gewohntes Terran ist. Terrarium? Terran! Tobi muss sich jetzt einen halben Red Man machen, weil das wieder tief ist. Und deswegen verkackt ich heute schon. Du bist dann vielleicht auch mal stärker. Ja, das ist dein Lockout-Training. Guck mal, der sich im Warm-Up keine Zeit nimmt, ne? Der verkackt oben rum. Aber du bist ja die ganze Zeit verletzt, nicht ich? Ich bin gar nicht mehr verletzt. Jetzt? Ist das jetzt schon der erste Satz? Nee. Nee? Ich wollte das nicht die ganze Zeit verletzt. Ich mache das. Ich mache es nicht, ich mache es nicht. Ich mache es nicht, weil es geht. Ich mache es nicht, weil es mal rein kommt. Ich muss auch. Man lasst die, bleib da. Wenn du siehst, setz die gleich auch mal. Nein. Lass dir Zeit. Ich wollte noch nie hier trainieren, lass dir Zeit. Ich auch nicht. Gibst du mehr und mehr Signale? Alles klar. Kann man auch gleich noch ein bisschen in die Ocke gehen, wenn du möchtest. Schreck mal gezogen oder was? Yes, Sir. Ja, das ist aber die größte Stufe und ist doch fast. Wie viele noch frei? Genügend. Ja, mach mal zu. Wollen wir mal anprobieren? Wollen wir den Kontrast sehen? Code Tobi, wenn ihr mich unterstützen wollt für Earth Earth Aesthetics. Da hast du gar nicht. Ja klar, ich hab nur die Hose. Ich hab keine andere. Also for real, yes. I don't know. I don't know. But I'm gonna go. And I'm in that Bugatti. Moving. Too hot. Give them Pucks like who shot you. Bei dem geht das auch immer schnell. Der macht einmal diesen Schwung und dann so. Ja, jetzt schon. Du rennst einmal gefühlt. Stefan musst du jetzt drücken. Was machst du? Ich brauche den noch. Machst du jetzt 150? Ich konnte mich so hinter mir stehen. Die steht ja hinter dir. Okay, dann geht es einen Kilometer weit weg. Ja, okay. Die waren voll leicht. Ich weiß nicht wie die Pause war. Kannst du nicht stehen bleiben? Ich glaube, es ist jetzt last one. Hoffentlich ist es last one. Ja, 160 next. Strecke. Er muss jetzt auch. Ey, ey. 160. Du hast gesagt, du machst so viel wie ich. Könnt es machen, aber es ist eine Intro ruhig. Aber bei dir sieht das richtig einfach aus. Du kannst es machen. Aber bei dir sieht das richtig einfach aus. Ich kann die eh nicht mit Technik drücken. Ja, okay. Ich gucke, dann kann man eh nicht vergleichen. Slingshot, Digga. Ja, ich bin auch dran, ne? Was hast du gemacht, Mann? Du machst 160 jetzt. Slingshot und ich drück normal. Jetzt macht er 135. Ich weiß nicht. Jetzt ist Backoff. Ich glaube, 5 oder so. Ohne Slingshot. Ich hoffe, dass er einfach zurückgezogen hat, Digga. Was ist das? Ich wollte nicht deklassieren. Bei seinen Steinen, die ihn fertig machen, ist nicht schön. Ich bin echt müde, ey. Ich dachte, es ist ein Bremen zu sein. Ich verstehe jetzt, warum du das machst. Wenn du halt die erste Übung Schrägbank machst, machst du das jetzt einfach zum Ausgleichen dann, oder was? Richtig, weil ich mich so nach vorne lehnen muss, genau. Alle Winkel abdecken. Man kennt das doch. Boah. Das ist doch ein Boner. Ich dachte, jetzt kommen noch zwei Raps vorne oder so. Nee. Jan, Chris. Wo wir einfach alle am Heben sind. Und der da mittendrin nachsteckt. Das ist doch witzig. Ich habe nichts mehr zu sagen. Jetzt würde ich die Knie hören. Lieber nicht. Schnell wieder hoch. Ja. Ja.